Herzlich willkommen hier zu unserem Tresengespräch direkt aus dem TV-Pavillon des VDMA auf der K.A. 2016 und Sie kennen das schon von uns. An jedem Abend eines Messetages treffe ich mit hier mit lieben Menschen, die ich frage, was ihr persönliches Messe-Highlight war und das mache ich auch heute wieder mit Thorsten Kühmann vom VDMA. Herzlich willkommen. Hallo. Und mit Markus Lühling, dem Chefredakteur der Messezeitung K.A. aktuell. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Bevor es losgeht, erstmal hoch die Tassen. Prost. 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 Sehr gut. Apropos hoch die Tassen, das ist auch heute im Hintergrund das, was viele Menschen hier machen. Herr Kühmann, ein wunderbarer Anlass, so viele Menschen hier im Pavillon, die sind nicht nur wegen uns dreien hier, sondern die haben noch einen anderen Anlass, oder? Ganz ehrlich, keiner ist gekommen wegen uns dreien. Der wahre Grund ist, und das ist für uns schon ein bewegender Augenblick hier im Fachverband, eine sehr langjährige Kollegin, sehr geschätzte Kollegin Claudia Frey, nach 40 Jahren und 13 Ks verabschiedet sich. Und es sind sehr viele Gäste gekommen. Die ganze Prominenz der Kunststoffbranche ist heute Abend hier und hat das sehr emotional und sehr schön und herzergreifend gemacht. Also wunderbar eigentlich so etwas, wenngleich auch ein bisschen traurig, nicht? Sehr. Das glaube ich, das glaube ich. Aber lassen wir nicht zu traurig werden, denn wir haben ja einen wunderbaren Messetag auch hinter uns. Der könnte eigentlich die Aussteller hier und damit auch den Chefredakteur der Messezeitung zufriedenstellen, oder? Ja, ich denke schon, das Wetter war ja alles andere als wunderbar heute. Gut, aber es hat dem Besuch ja keinen Abbruch getan. Wir haben eben die vorläufigen Zahlen gesehen, 10% mehr als am Montag vor drei Jahren. Also von daher wirklich eine positive Bilanz, trotz des bescheidenen Wetters. Aber wir haben ja gesehen in den Hallen, es war nicht ganz so viel los wie letzte Woche Donnerstag und Freitag. Aber es war absolut sehr belebt und es war überall was los in allen Branchenzweigen. Also von daher eine durchaus positive Tagesbilanz. Was war denn Ihr ganz persönliches Highlight heute an diesem Messetag? Ich muss sagen, ich war heute sehr viel im Büro. Ich war ein bisschen was aufgearbeitet von den letzten Tagen und die Vorbereitung für die beiden letzten Ausgaben der Zeitung gemacht. Ich war sehr viel mit Texten beschäftigt und ja, aber es ist so langsam zeichnet sich ein Bild der Messe ab. Wir machen jetzt die siebte Ausgabe Zeitung und die Vielfalt der Messe und ist nach wie vor begeisternd, wie viel Neues man sieht, wie viel man jetzt in der Kunststoffindustrie sieht, was man schon auf Querschnittsmessen gesehen hat, in der Automation mit den kollaborierenden Robotern, die man jetzt in der Kunststoffindustrie sieht, mit Messtechniken, die man auf Messtechnikmessen schon gesehen hat, die jetzt adaptiert ist in die Kunststoffindustrie hinein. Das sind ganz viele Aspekte, die mir nicht am ersten Tag morgens gleich aufgefallen sind, aber so beim Rumlaufen sich so langsam zu einem Bild fügen. Also da haben wir auf der K sehr viele interessante Dinge gesehen und ja, ein spezielles Tageshighlight habe ich ehrlich gesagt heute nicht zu bieten. Sie haben schon die Zeitung von morgen mitgebracht. Das freut mich immer, dass ich am Abend eines Messetages schon lesen kann, was es morgen gibt. Natürlich noch nicht ganz komplett. Ihre Leute arbeiten da dran noch. Aber erzählen Sie mal so ein bisschen, was sind morgen die Themen in Ihrem Blatt? Ja, wir haben aufgrund der guten Resonanz doch mal wieder eine Doppelseite mit Bildern gemacht. Überwiegend von dem freundlichen Kollegen, der hier gerade mit uns im Studio ist, der sehr viele Bilder auf der Messe gemacht hat. Und das ist so ein kleiner Bilderbogen aus den Sachen. Können wir gleich mal zeigen, hier den Kollegen, oder? Genau. Ich werde die ganze Zeit fotografiert, muss man ja auch mal zeigen, die guten Geister hinter den Kulissen. Genau. Ja, Thema Automation ist morgen wieder dabei. Dann so Trendthema Leichtbau. Da haben wir verschiedene Dinge, die jetzt noch aufgearbeitet worden sind, redaktionell. Und ja, die ganze Messtechnik und viele Laboranwendungen. Es sind nur ein paar Beispiele für Seiten, die schon fertig sind. Die meisten waren eben, als ich herkam, noch nicht in vorzeigbarem Zustand. Aber das wird sich im Moment gerade oben ändern. Aber Sie haben den Vorteil, Sie können, bevor die Zeitung erscheint, das alles schon mal lesen. Wir können das erst morgen früh in voller Gäste. Sogar lesen. Ihr Job. Herr Kühmann, Herr Lühling, es war wieder schön, mit Ihnen zu sprechen. Ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt wieder in die Feierlichkeiten zur Verabschiedung von Frau Frey. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Wir trinken noch ein paar alt und Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen hier wieder im TV-Pavillon. Tschüss. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl.